Servus Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und weiter geht's mit der Kampagne in Star Wars Battlefront 2. So, Han Solo ist am Start und wir müssen hier ein bisschen was aufdecken. Äh, schauen wir mal. Mit ein paar Leuten reden hier. Herr Chewie ist ja im Hangar und tut den Falken reparieren. Mal schauen, was der sagt. Okay, Information 1 von 3 haben wir also schon. Schauen wir doch mal, wer noch was zu erzählen hat. Und Leute, wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützen würdet in dem Projekt. Like, Abo, Kommentare, alles gern gesehen. Okay, hier ist nichts. Der LT65 wird nicht mehr hergestellt. Kann sein, dass wir vielleicht auch hoch müssen oder auch da runter. Ich schaue mal hoch. Hat die mal was zu erzählen? Ne. Ah, hier hat er immer was zu erzählen. Okay, eine zweite Information. Ja, mach ich doch schon, Mensch. Okay, die haben nüscht. Okay, die haben nüscht. Er war riesig. Kann so schaden. Nein, nein, nein. Keine Schufe. Fällt. Ich weiß, wie er... Ähm, schauen wir mal hier hinter. Wo willst du noch für die schwarze Sonne? Ja, der Outer Rim lohnt sich wirklich. Einfach Unmengen von Stellenangeboten. Könnte sein, dass wir in den Keller müssen. Schauen wir mal runter. Ah, hier haben wir die letzte Person. Hey, Mr. Paldora. Lange nicht mehr gesehen. Mein Wookiee-Wort hat gerade nach ihm gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche Mann ist da oben. Nichts für ungut. Okay. Mit dem bärtigen Mann sprechen die am obersten Stock Erinax Gold trinkt. Das war doch der, mit dem haben wir doch gerade gesprochen, oder? Am obersten Stock. Muss doch der hier vorne sein, oder? Ah, der ist schon weg. Der hier, oder? Wärtiger Mann, aber das war doch der. Gimdor vielleicht. Okay, da ist er. Pssst. Geht das nicht auch leiser? Oh, klar, klar. Wir treffen uns schließlich incognito. Ich wette, Sie wollen wissen, wieso ich abtrünnig wurde, oder? Das ist ja da komisch. Dann gehen wir mal. Okay, dann kommen wir mit. Ich habe die gewünschte Information. Natürlich nicht dabei, sondern in zwei Datenwürfeln im Wald. Zur Sicherheit. Jetzt komm, Midmage. Im Ersten sind imperiale Frachten. Aber ich muss hier nicht raus, oder? Die Republik bekommt das alles für sicheres Geleit und Asyl. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Ne, okay, da muss ich runter. Ich habe wirklich alles, was Sie für die Befreiung der Wukis brauchen. Komm. Sagen Sie mir, woher die Infos stammen. Imperiale Offiziere reden gerne. Machtspiele und so. Ich habe ein bisschen warten, bis der kommt, hier. Kannst du mal ein bisschen schneller gehen? Danke. Ich denke, wir haben uns irgendwie aufgehalten. Ich bin gespannt, ob wir mit den Falken fliegen dürfen. Das wäre natürlich geil. Ich nehme an, das ist deine Schuld. Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Nicht kämpfen. Komm jetzt. Wir müssen weg. Okay. Okay, jetzt tun wir die Waffe am Anschlag. Wir haben einen Generator vor uns. Glaube ich. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ist das so? Ich bin jetzt Geheimagent. Ich habe die Infos nicht dabei, weil die Cantina von da... Sturmtruppen. Heiße, wir müssen sie ausschalten. Nein, nein. Sie müssen das. Mein Blaster ist nur scho. Ich kann gar nicht schießen. Ha. Na vor. Auf, Sie haben Solo. Hoffentlich funktioniert. Ich kann nicht hinziehen. Aber auch nicht wegziehen. Das macht so viel Spaß. Lass mich nur machen. Die Infos der Republik finden. Okay, schau doch mal. Wollen wir mal diese kaputt? Liebt hier noch was? Ah, hier ist was. Die Infos auf diesen Datenwürfel werden Ihren Freunden überprüfen. Schau mir klar. Alles eine Frage des Heimings. Wo ist die Kaschik-Information? In der Nähe eines Päppchen schreien Sie hier im Wald. Ah, okay. Ich muss mich selber zünden. Okay, dann gehen wir noch mal hier hoch. Hier ist doch noch so eine Art Höhle oder so. Wollen wir mal durchgehen. Boah, der rät ein Schmarrn. Schön und gut, aber was ist mit Kaschik? Sind Sie sicher, dass Sie der Infos den Wukis helfen? Sie. Ich bleibe hier drüben. In Sicherheit. Ich habe keinen Kreis. Schuss fällt. Link anfassen. Spitzerschütze, voraus ist der Solo. Sehr gut. Super Schuss. Ganz wunderbar. Was für ein Schütze. Was wird sein Sie da nicht tun? Höhnen, schnütteln. Höhnen, schnütteln. Das Zehnel ist hier. ich habe ein ganz mieses gefühl ich finde sie so nix information gefunden da kommt verstärkung runter das ist die aufmerksamkeit gut den falten erreichen schauen wir mal ob ich hier durchkomme ich hoffe mal Chewbacca hat den schon startklar gemacht alles an der Frage des timings komm war hinter uns oder was das ist Chewbacca Chewbacca macht den falten startklar wir müssen schnell hier weg ich halte sie auf mach du den falten startbereit okay auf den stand halten verlierst du noch einen nd r r r r r j r r Das muss die Aufmerksamkeit erregen. So, ein bisschen lassen wir ihn fertig hier. So, ein bisschen lassen wir ihn. 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 So, jetzt müssen wir eh schon runtergehen. So, ein bisschen lassen wir ihn. 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 So, ein bisschen lassen wir. So, ein bisschen lassen wir ihn. Bespin Chinook-Station Okay Ob sie aber ihren Vater festnehmen kann Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal Schaltet auf jeden Fall wieder ein Wenn es euch gefallen hat Bis dann, ciao, ciao Euer Andi